Mein Name ist Mike Heitefuß, ich bin Steuerberater und habe nach einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten ein betriebswirtschaftliches Studium in Düsseldorf absolviert, bin seit 20 Jahren Steuerberater und seit 2013 hier bei Eventus, gehöre mit zu dem Kreis von drei gesellschaftlicher Geschäftsführern. Meine Hauptaufgabe ist der Mandantenkontakt. Das freut mich sehr, weil ich entsprechend mit vielen Menschen zu tun habe und das ist auch das Tolle an diesem Job, dass man so unterschiedliche Menschen betreuen kann, beraten und in dem Zusammenhang auch Lösungsansätze findet. Wir sind aufgrund unserer Größe in Teams aufgeteilt. Ich leite zwei Teams. Ich bin besonders stolz darauf, dass in dem Team eine sehr gute Stimmung herrscht und die Mitarbeiter untereinander auch sehr gut klarkommen und sich auch immer unter die Arme greifen. Ich wünsche mir für die Zukunft weiterhin viel Spaß am Job und viel Erfolg für Eventus.